Die Chroniken von Marodain Der Zirkel der blauen Hand Von Marshall Ryan Mareska Es liest Nicolas Artacho Erstes Kapitel Dieb, rief jemand von der Türe her. Das will was heißen, dachte Varonix Calvert. So einer nennt mich ein Dieb? Dabei war er gerade erst eingestiegen und hatte gar keine Gelegenheit gehabt, irgendetwas zu stehlen. Der Kerl an der Tür war ein Fuß größer als Varonix. Ein muskelbepackter Berg. Die Weste aus grauer Wolle, weiße Hemdsärmel und ein dünnes Rapier am Gürtel sollten ihm offenbar ein wohlhabendes Aussehen verleihen. Varonix grinste frech. Wenn du glaubst, dass hier ein Dieb ist, ruf mal besser die Wache. Nein, Kleiner, das wird nicht nötig sein. Der Mann zog seine Waffe und kam auf Varonix zu. Eigentlich hätte niemand hier sein sollen. Varonix hatte den Ort drei Tage lang beobachtet. Dieses Kontor über einer Fischkonservenfabrik diente nur zur Übergabe. Keiner hielt sich darin auf. Keiner bewachte den Raum. Genau darum ging es ja dabei, jede Aufmerksamkeit zu vermeiden. Meinst du wirklich? Varonix spannte die Muskeln an. Ich hab gehört, die Konstabler wären sehr hilfsbereit. Der Mann stürzte sich auf ihn und schwang die Klinge. Ich werde dir gleich helfen. Varonix sprang zur Seite, rollte sich ab und landete wieder auf den Füßen, gleich neben dem Schreibtisch in der Ecke. Zu seinem Glück hatte der Bursche zwar ein Rapier, aber keine Ahnung, wie man damit umging. Jede Menge Kraft, keine Raffinesse. Wer immer der Kerl sein mochte, ein Wachposten war er nicht. Varonix würde mit ihm fertig werden. Er wünschte sich nur, er hätte seine Waffen nicht zurückgelassen. Ein anderer Vorteil blieb ihm aber. Also ehrlich, Kumpel, das finde ich überhaupt nicht hilfreich, erklärte Varonix. Sein Blick flog über die Tischplatte, über die Papiere und Pergamente, die dort verstreut lagen. Das Zimmer war zu dunkel, um zu erkennen, ob die gesuchte Information darunter war. Nicht hilfreich für dich, sagte der Mann und wandte sich wieder Varonix zu. Aber für meine Freunde. Los, Leute! Drei weitere Männer, gekleidet und bewaffnet wie ihr Kumpan, erschienen an der Tür. Das ist wirklich unsportlich, sagte Varonix. Ohne hinzuschauen, raffte er eine Handvoll Papiere zusammen und stopfte sie in die Manteltasche. Glaubst du ernsthaft, dass du damit hier rauskommst? fragte der erste Angreifer. Alle vier Männer umringten Varonix und blickten sehr selbstzufriedend rein. Sie hatten allen Grund dazu. Sie blockierten die Tür und das Fenster. Und sie waren muskulöse Männer mit Schwertern. Vor sich sahen sie einen unbewaffneten und dürren jungen Burschen, der kaum den Kinderschuhen entwachsen zu sein schien. Er saß in der Falle, glaubten sie. Wenn's euch nicht allzu viel ausmacht, sagte Varonix. Das tut es, Kumpel. Also leg alles wieder zurück, sonst helfen wir nach. Ein verlockendes Angebot, erwiderte Varonix. Er wirkte so wenig bedrohlich auf sie, dass sie immer noch nicht ihre Waffen zogen, die Hände ruhten locker auf den Griffen. Sie wollten eindeutig einen Kampf vermeiden. Das gab ihm einen Vorteil. Trotzdem war klar, dass er einen ehrlichen Kampf unmöglich gewinnen konnte. Nicht mal gegen einen von ihnen, geschweige denn gegen vier dieser Gestalten. Zum Glück hatte er nicht vor, ehrlich zu kämpfen. In den verstreichenden Sekunden nahm Varonix so viel Nomina auf, wie er nur konnte. Er formte es nicht lange aus. Er hatte keine Zeit und er wollte sich den anderen gegenüber nicht verraten. Mit einem raschen, harten Stoß schleuderte er die magische Energie von sich. Die rohe Kraft dieses Angriffs reichte nicht, um einen der Gegner ernsthaft zu verletzen. Darum ging es gar nicht. Die Papiere auf dem Schreibtisch wirbelten auf und flatterten in einer dichten Wolke durch die Luft. Erschrocken sprangen die Männer zurück und Varonix schoss auf die Tür zu. Hastig sog er mehr Nomina ein und entließ es wieder. Schon war der Boden unter den Schlägern mit einem dünnen, schmierigen Schimmer überzogen. Varonix spannte sich an und prallte frontal gegen den Mann in der Mitte. Der verlor den Halt und fiel um. Varonix schlitterte auf eine Empore hinaus, die oberhalb der Fabrikhalle entlang führte. Ohne langsamer zu werden, schwang er sich übers Geländer. Gleich unterhalb des Geländers stand eine Wanne mit totem Fisch und halb geschmolzenem Eis. Zu groß, um ihr auszuweichen. Varonix stürzte mitten hinein und die Kälte traf ihn härter als der Aufprall. Es war keine optimale Landung, doch es reichte zur Flucht. Schnappt ihn! rief eine Stimme von oben. Varonix war erschöpft und benommen nach zwei ungestümen Zaubern so rasch nacheinander. Ihm blieb aber keine Zeit, um sich zu erholen. Er rollte sich vonüber und landete auf dem Boden der Halle. Die Männer erreichten das obere Ende der Treppe, immer noch über den glitschigen Boden schlitternd und unsicher auf den Füßen. Varonix versuchte, die Eiswanne umzukippen, um den Weg zu blockieren, doch der Behälter war zu schwer für ihn. Mit einem Achselzucken und einem Grinsen sprang er über die Arbeitsplatten in Richtung Tür. Einen schlitternd und der довольноικene Fall. Zum Zustand und dies sauber nach der Hawai-Alsne. Vatonix versuchte, die Eiswanne umge bunch. Angelegen этwort zum einen grossen Kälte und die Details an zum Erholsten. ihn stelle erheu. Namast er père, genau erfreut sich um dieses Gefühl. Und dann kam es dieses быkeits des Ha likely rüber.